Hallo zusammen, hier ist Nike von foodwissen.de und wir wollen heute zusammen den Adventskalender von Chupa Chups auspacken und uns Türchen für Türchen anschauen, was denn darin so versteckt ist. Wir fangen auch direkt an mit dem Türchen Nummer 1. Wir sehen, dass der Kalender aus einer stabilen Pappe ist, schön aufrecht stehen kann und schön weihnachtlich dekoriert ist. Und die Nummer 1 finden wir gerade hier oben. Man muss ein bisschen drücken und kann das Türchen dann so öffnen. Darin finden wir auch schon den ersten Lutscher, der praktischerweise in einer Plastikschale reingedrückt ist. Das heißt, der fliegt auch nicht durch die Gegend. Und wir haben im ersten Türchen ein Chupa Chups Mini mit Geschmack Erdbeer. So, dann legen wir den zur Seite und machen weiter mit der Nummer 2. Die finden wir hier unten. Müssen wir auch wieder reindrücken. Können das Türchen öffnen und finden den Lolli wieder in der praktischen Plastikschale und haben hier einen Chupa Chups in der normalen Größe mit dem Geschmack Apfel. Den legen wir auch zur Seite. Und dann geht es weiter mit dem Türchen Nummer 3. Muss ich ein bisschen gucken. Das finden wir hier auf der linken Seite. Machen wir auch wieder auf. Und haben das erste Mal keinen Lutscher, sondern ein Center Shock. Die extrem sauren Kaubonbons mit dem Geschmack Cola. Mal was anderes. Dann geht es schon weiter mit dem Türchen Nummer 4. Das haben wir hier auf der rechten Seite. Oha, da haben wir auch wieder ein Lolli. Einen besonderen diesmal, nämlich einen Big Bubble. Das heißt, ein Chupa Chups mit Kaugummi drin, mit dem Geschmack Kirsche. Machen wir auch zur Seite. Ich zeige euch zum Schluss nochmal die Gesamtübersicht, was wir alles hier drin haben. Dann geht es weiter mit der Nummer 5. So, ein bisschen gucken, wie man das gut aufmachen kann. Dann haben wir ein Chupa Chups Mini mit der Geschmacksrichtung Cola. Machen wir das auch wieder zu und sammeln mal die Minis hier zusammen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Haben wir hier Mini, da den normalen, Bubble, Center Shock. Dann geht es weiter mit der Nummer 6. Die haben wir hier unten. Ein großes Türchen. Und wir haben ein Melody Pops. Sieht auch sehr besonders aus. Geschmacksrichtung Erdbeer. Haben wir noch nicht gehabt bisher. Ich mache das hier auch zu. Dann geht es weiter mit der Nummer 7. Hier oben drücken wir wieder die kleine Seite rein und können dann die Tür öffnen. Hier haben wir meinen persönlichen Favorite, nämlich einen ganz klassischen Chupa Chups Geschmack Richtung Cola. Und dann geht es weiter mit der Nummer 8. Hier haben wir hier in der Mitte. Das ist auch wieder ein kleineres Türchen. Und wir haben nochmal einen Center Shock. Ein bisschen rausziehen. Center Shock. Geschmacksrichtung Spider. Was auch immer das ist, lege ich hier zur Seite. Da haben wir schon zwei Center Shocks. Und dann geht es weiter mit der Tür Nummer 9. Ich muss hier auch immer ein bisschen suchen. Die ist auch hier in der Mitte. Die öffnen wir zur Seite und haben einen Chupa Chups in der klassischen Größe. Und zwar einen Tongue Painter. Das heißt, dieser Lolli färbt die Zunge bunt. Geschmacksrichtung ist Karamell. Sehr spannend. Liegen wir hier zur Seite zu den besonderen Chupa Chups. Dann geht es weiter mit dem Türchen Nummer 10. Das haben wir hier auf der rechten Seite. Wir tippen rein und öffnen die Tür. Da haben wir einen Chupa Chups Mini. Geschmacksrichtung Apfel. Von den Minis haben wir jetzt drei. Die liegen hier gerade neben dem Kalender. Dann geht es weiter mit der Nummer 11. Die haben wir hier oben. Es ist auch wieder ein kleineres Türchen. Und wir haben einen Center Shock. Diese Verpackung unterhalb von der Pappschicht ist wirklich praktisch. Also es fliegt nichts durch die Gegend und man kann die kleinen Geschenke und Süßigkeiten sehr gut daraus lösen. Hier haben wir einen Center Shock Ghost. Tun wir da zur Seite. Man sieht hier ein bisschen, dass sich die Pappe leicht löst, wenn man das Türchen nicht richtig öffnet. Ich glaube, ich habe das da ein bisschen zu doll gedrückt. Jetzt geht es weiter mit Nummer 12. Die muss ich auch erst wieder suchen. Die haben wir hier rechts an der Seite. Da haben wir Chupa Chups Cola sehe ich schon. Und zwar wieder den klassischen. Davon haben wir jetzt schon zwei. Die liegen hier vorne. Jetzt geht es mit Nummer 13 schon weiter. Die ist hier links. Das ist wieder ein kleines Türchen. Center Shock. Center Shock Cola. Auch das zweite. Dann geht es weiter mit Nummer 14. Die haben wir ganz oben rechts in der Ecke. Und da haben wir schon wieder einen Center Shock. Das sieht aus nach Apfel. Genau. Hidden Apple. Sammeln wir. Wir haben jetzt insgesamt schon fünf Center Shocks. Dann machen wir weiter mit der Nummer 15. Die ist hier ganz in der Mitte. Da können wir aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Und da haben wir einen Chupa Chups Mini. Geschmacksrichtung Orange sammeln wir auch. Das ist der vierte Mini, den wir haben. Und dann geht es weiter mit Nummer 16. Die finden wir hier. Und von oben öffnen. Auch wieder ein kleines Türchen. Und wir haben nochmal einen Center Shock. Skull. Sieht gefährlich aus. Legen wir zu den anderen dazu. Und dann geht es schon weiter mit Türchen Nummer 17. Das haben wir hier unten. Das ist längs zu öffnen. Und wir finden einen klassischen Chupa Chups. Das stimmt nicht. Das ist ein Tongue Painter. Das heißt, wir haben auch wieder einen, der die Zunge bunt färbt. Geschmacksrichtung Orange. Das sammeln wir hier drüben. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 18. Das finden wir hier oben. Und wir haben nochmal einen Chupa Chups Cola Mini. Einen kleinen in Geschmacksrichtung Cola. Davon haben wir auch schon einen. Tue ich gerade hier dazu. Und mache direkt weiter mit dem Türchen Nummer 19. Das ist auch hier in der Mitte. Ein kleines Türchen. Also haben wir nochmal einen Center Shock. Geschmacksrichtung Apfel. Das ist jetzt schon der zweite. Ich zeige euch nachher nochmal die Übersicht, was wir von allem haben. Wie viel vor allem. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 20. Das ist hier. Und öffnet sich jetzt nach unten. Und löst sich nicht richtig. Da hat sich jetzt die Pappe teilweise nicht richtig gelöst. Aber wir haben drin wieder den Chupa Chups Lutscher in der praktischen Plastikhülle. Drücke ich das wieder zu. Und wir haben einen klassischen Chupa Chups mit Geschmacksrichtung Erdbeer. Den tue ich auch mal dort nach hinten. Und dann geht es weiter mit Nummer 21. Die finden wir hier. Und wir haben nochmal einen Center Shock. Da freuen sich die Liebhaber von sauren Süßigkeiten. Und das ist Geschmacksrichtung Mr. Slimer. Also hauptsächlich wahrscheinlich sauer. Den sammeln wir auch hier hinten bei den Center Shock. Dann geht es weiter mit Nummer 22. Die haben wir hier auf der linken Seite. Das ist ein kleines Türchen. So haben wir nochmal einen Chupa Chups Mini. Geschmacksrichtung Cola. Das sammeln wir hier. Das ist schon der dritte Mini mit Geschmacksrichtung Cola. Dann kommen wir schon zum vorletzten Türchen. Das ist die Nummer 23. Die finden wir hier oben. Da haben wir was Besonderes. Das sehe ich schon. Das ist auch nochmal ein Tongue Painter. Also die Zunge wird verfärbt, wenn man diesen Lutscher isst. Mit Geschmacksrichtung Kirsche. Den sammeln wir auch hier drüben. Und jetzt kommt das Türchen 24. Jetzt bin ich gespannt. Das finden wir hier ganz in der Mitte. Das ist ziemlich lang. Und zwar haben wir eine Packung Chupa Chups, Kaugummi, Big Bubble, Soft Bubble Gum mit Geschmacksrichtung Erdbeer. So. Damit haben wir alle Türchen geöffnet. Was hier jetzt noch auffällt ist, dass man die Türchen mit, man drückt rein, man kann sie gut öffnen und man kann die Türchen auch ganz lösen. Hier am Ende könnte man die theoretisch abreißen und dann hat man direkt eine Übersicht, welche Türchen schon offen sind und welche nicht. Das kann man also ganz nach Geschmack machen. Dann lege ich ihn mal zur Seite und zeige euch nochmal, was wir hier alles insgesamt haben. Wir haben Mini Chupa Chups, dreimal Cola, einmal Orange, einmal Apfel, einmal Erdbeer. Dann haben wir die klassischen Chupa Chups. Auch hier haben wir zweimal Cola und einmal Apfel, einmal Erdbeer. Dann haben wir einen ganz besonderen und zwar einen mit Kaugummi innen drin, Geschmacksrichtung Kirsche und drei Stück, die die Zunge verfärben. Und zwar Orange, Kirsche und Cola. Dann haben wir eine Packung Chupa Chups. Soft Bubblegum, eine Packung Kaugummi, einen besonderen Melody Pops, Lutscher, Geschmacksrichtung Erdbeer. Und Center Shocks, zweimal Cola, zweimal Apfel, einmal Ghost, Mr. Slimer, Skull und Spider. So, das war der Chupa Chups Adventskalender. In den folgenden Wochen stellen wir euch noch mehr Food Adventskalender vor und packen die mit euch zusammen aus und freuen uns, wenn ihr auch da wieder reinschaut. Liebe Grüße! So, ein paar Verd занetet. Und bei euch, geht's euch wieder einmal holiday Find151.